Willkommen wieder zur nächsten Partie Freiburg gegen Augsburg. Die Freiburg haben natürlich die Hoffnung, dass ich mit denen wieder drei Punkte hole und das so ein bisschen ausgleiche, dass Mucke ja mit seinem Negativlauf eben nicht schafft. Und die Software sagt mir, gelingt das Ganze auch. Ich gewinne mit 2 zu 1. Schreibt mal gerne eure Tipps ab in die Kommentarbox. Was glaubt ihr, wie endet dieses FIFA-Duell zwischen uns beiden? Los geht's! So, Heide ist endlich mal wieder da. Oh. Ups. Der sollte fest werden. Der sollte eigentlich auch anders kommen. Ja. Freien Stoß, okay. Dazu Heide war schon lange nicht mehr dabei. Ja, natürlich nicht. Ja. Franz holt die erste Ecke raus. Wahrscheinlich muss es bei mir wirklich wieder eine Standardsituation richten, bis ich mal wieder treffe. Nein. Boah, Loote. Super Parade. Das stimmt. War auch ein super Schuss. Ja. Das war endlich mal wieder was ordentliches hier in der Offensive. In der letzten Partie kam da ja nicht so viel zusammen. Hatten schon lange nicht mehr so ein verdientes 0 zu 0. Überhaupt nicht stehen. Kein Aluminium. Kein Abseits-Tor. Auch keine so richtig gefährliche Aktion. Da war das eigentlich eben gerade das Gefährlichste bisher. Schmollauf auch gefordert. Endlich mal wieder ein Zweikampf. Gewonnen. Gondorf. Nächste Ecke. Komm, 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 komm. Kaum hat der Freiburg. Hm. Boah. Loote. Fehlt ein bisschen die Power gerade. Und die gucken, scheiße. Ja. Oh. Etwas verzogen von Haberer. Aber das ist doch endlich mal hier gefährlich. Schmollauf. Ich habe keinen Bums momentan dahinter. Na ja, das war auch noch zu harmlos. Das war auch noch zu harmlos. Gut gehalten. Komm, haben wir noch. Oh, schweigen gehabt. Oh, ich habe es gerochen. Der Pass war auch echt richtig schlecht. Gut gesehen. Wir kommen in dichter. Ja. Ja, aber die Halbzeit ist gleich um. Ich glaube, das ist mein Rekord noch. Kann sein. Ich glaube, ich stehe auch bei acht Halbzeiten. Ja. Das stimmt. Dann gibt man Freistoß. Verstehe ich gar nicht. Oh, und der ist drin. Da ist das 1 zu 0 durch Augsburg. Ja. 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 Da ist das 1 zu 0. Ja. 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 Da ist es drin. Ja. Ja. Viel zu weit. 1-0 Führung für Augsburg. Weiter geht's. Oh. Es gibt einen Eckball. Brutal Schläger, du. Gut gestört. Komm, ich kann nicht wechseln. Oh Leute, nee, ne. Was ist das denn? Ein Abwurf? Das war doch kein Abwurf. Was ist denn? Wie fühlst du euch das denn noch? Ja, endlich! Ja, Gott sei Dank. Er musste nachgeholfen werden. Hab ich von der Runde gesagt. So rumgehauen. Meine Fresse. Ich hätte gedacht, er hat sich mal vom Kopf geschossen. Ja, entweder nach dem rohenden Ball oder sowas. Anders ging's nicht. Den Fluch hier zu brechen. Der muss echt nachgeholfen werden. Ja, ich konnte dich nicht mehr so leiden sehen. Danke. Nee, geht nicht raus. Nee, geht nicht raus. Freispielen müssen. Ich gewinne keine Zweikämpfe mehr. Das ist scheiße. Ach. Das ist scheiße. Ich kann nicht wechseln. Ich durfte nicht wechseln. Egal. Das ist immer richtig nervig. Schön gemacht. Scheiße. Ich hatte extra gewartet, weil ich gesehen habe, man, er steht noch zu weit weg. Und dann hat er sich bewegt und dann kam Mucke an, also musste ich spielen. Aber er ist zu spät losgelaufen. Aber er ist zu spät losgelaufen. So ein Kack, Alter. Zentimeter haben da gefehlt. Aber nur Zentimeter. Ja. Komm, komm, komm. Weiter, 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 durchsetzen. Und Schuss. Oh. Komm, komm. Schöne, schöne Schlecht. Knapp vorbei. Ja, er pfeift. Er pfeift. Fuck, fuck, fuck. Oh, nein. Bitte. Gut. Ach, Elfmeter hier. Schade. Wir waren knapp davor. Hatten gute Möglichkeiten. Aber immerhin war ein Tor. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Partie. Also das dritte Unentschieden hier am 23. Spieltag. Es bleibt spannend. Tschüss. Oh ja, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.